Leute, wie das Spiel schon losgeht, hier fliegen einfach random Leute von der Decke. Das soll eines der besten Anomalie-Such-Horrorspiele sein, die es da draußen gibt. Ihr habt mich zugespernt, bitte spiel Project 13 und jetzt sind wir hier. Sieht schon geil aus. Grafik ist auf jeden Fall... Man kann sie essen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich sehe nur, man ist in einem Krankenhaus. Hier war gerade eine Oma, hier war... Oh, okay, es ist diese Art von Spiel. Mr. Yamaguchi gibt es hier nicht, aber hier gibt es Mr. Garrison. Das war Mr. Garrison. Das da ist Mike. Den nennen wir einfach Mike. Den kahlen Mike. Okay, Mike, Mikey. Mikey oder Mike? Also eigentlich heißt er Mike, aber seine Freunde nennen ihn auch Mikey. So, das war's. Uh, ah, okay. So, das bedeutet... Keine Anomalie... Also es war... Okay, okay, geil. Oh, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich auf dieses Spiel Bock habe. Jetzt habe ich es verstanden. Simpel wie immer. Also wir sind Ebene Null. Und jetzt müssen wir schauen nach Anomalien. Jetzt geht's los. So, hier sind so drei Dinger. Hier sind drei Dinger. Nur ist das halt viel gruseliger. Wir haben so ein ähnliches gespielt mit... Geil. Wisst ihr, dieses andere... Ich habe schon mal so ein ähnliches gespielt, aber es war viel billiger als das. Das sah mal viel billiger aus. Das da ist Mike. Nein, das ist nicht Mike. Das da ist Mr. Garrison. Mr. Garrison. Das ist die Oma. Das ist der Vogel. Und irgendwann kommt der Mike. Mike ist hier drin. Stand Mike vorhin auch? Ja, Mike stand. Das heißt, ich würde sagen... Keine Anomalie gefunden. Was bedeutet, wenn keine Anomalie gefunden ist? Einfach weiterlaufen. Scheiße. Es war wohl irgendwann eine Anomalie. Okay. So, noch eine Runde. Drei Stühle. Feuerlöscher. Drei Stühle. Diese Spiele machen halt einfach nur Spaß. Okay, der Typ, der hat ja auch gechillt. Diese Geräusche kamen hier vorhin auch raus. Oma mit den Vögelchen. Hier kommt Mr. Garrison. Okay, hier ist ein Poster. Das ist auch neu. Ne, das war hier vorhin auch. Mike steht hier wieder und guckt uns dumm an. Ich würde sagen, keine Anomalie gefunden. Wir gehen weiter. Und? Doch. Es war eine Anomalie irgendwo. Gut. Nochmal. Poster. Poster ist gut. Hier ist so ein Pflanzenzeug. Hier ist ein Feuerlöscher. Ich habe letztes Mal Feuerhydrant gesagt. Wenn ein anderes Spiel hat mich ausgelacht. Feuerhydrant. Feuerlöscher natürlich. Der Typ hier, der chillt. Den nennen wir... Wisst ihr was? Roger. Roger. Das ist Roger. Roger chillt hier drin. Hier ist Mr. Garrison. Läuft wieder vorbei. Hier ist die Oma und der Vogel. Lass mal kurz checken nach dem Bild. Ne, hier ist alles cool. Die Leute sind auf jeden Fall krank. Wo ist Mike? Mike? Ich dachte, Mike wäre nackt. War er nicht nackt vorhin? Ne, es war seine Glatze. Okay. Ich würde sagen, keine Anomalie. Aber wir reporten mal eine Anomalie. Und das war falsch. Okay. Also ich habe wohl den Dreh immer noch nicht raus. Wisst ihr was? Ich will einmal kurz durchrennen. Ich renne einfach mal durch. Ich muss das Spiel lernen. Wir müssen das Spiel lernen. Okay, Mr. Garrison, gehen Sie einmal vorbei. Oh, Junge, Mr. Garrison. So, ich würde sagen, keine Anomalie. Und das war richtig. Okay. So, jetzt... Oh! Das ist Anomalie. Oho! 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 Das Schöne ist... Es ist halt gruselig. Viele... Oh mein Gott. Aliens. Viele von diesen Anomalie-Games, die sind halt... Die brauchen lang, um gruselig zu werden. Aber das ist ja schon richtig nasty. Jawohl. War richtig. Er war auch eindeutig richtig. Okay. Dieses Bild hier. Drei Stühle. Drei Stühle. Wir haben ihn genannt. Roger. Okay. Hier ist die Ohren mit dem Vogel. Sie ist verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir alle sind verwirrt. Mr. Garrison läuft ganz normal vorbei wieder. Mike steht hier. Diese... Was ist das für ein Rasiergeräusch? Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich weiß nicht, ob das vorhin war. Wir gehen mal davon aus, dass keine Anomalie ist. Okay? Und... Das war falsch. Gut. Wir müssen aufpassen. Es ist echt schwer. Vor allem das Spiel hat noch einen Hardcore-Modus. Da wird das Ganze nochmal... Nochmal noch... Ich dachte gerade... Was ist das für ein Rasiergeräusch? So, ich würde sagen... Hier ist der Typ, der hustet sich kaputt. Mr. Garrison. Vögelchen Oma. Oder ist er Mr. Garrison? Das Bild hier. Okay. Mike, der uns das anschaut. Okay. Dosen. Alarm. Ich würde sagen... Keine Anomalie. Scheiße. Ist schwer. Ist schon schwer. Okay. Ich muss... Ich muss studieren. Ich muss das Spiel studieren. Ich renne jetzt einfach mal durch. Diese Geräusche sind halt neu. Ich würde diese Geräusche als... Achso. Ich bin in so einem Kontominier. Dings. Jawohl. War richtig. Also ich bin in so einem Anzug. Ja. Ja. Ich bin in so einem Backrooms-Anzug. Und hier sind alle so verseucht. Hier ist dieser Roger. Kann man auch in diese andere Räume rein? Mr. Garrison. Mike mit seiner Glatze. Also ich würde sagen, keine Anomalie. Ich würde sagen, aber nichts. Scheiße. Also doch. Junge, das ist schwer. Kann man in diese Räume rein? Vielleicht ist ja auch was in diesen Räumen. Ich würde sagen, nein. Es geht nur geradeaus. Schwieriges Game, Leute. Schwierig. Entweder bin ich blind auf beiden Augen. Oder einfach nur blöd. Okay. Ich würde sagen... Ich sage, hier war eine Anomalie. Wir werden jetzt ein bisschen... Pokern. Shit, hier war nichts. Wir laufen noch eine Runde. Es macht Spaß. Das ist das Schöne. So lange... Es ist mir egal, dass ich gerade nichts finde. Ich habe Spaß. Mir bockt das. Mr. Garrison. Okay. Jawohl. Eine Anomalie, die ich nicht gesehen habe. Mr. OG Garrison. Mr. Merison. Burson. Mr. Garrison Square Garden. Mr. Garrison... Scheißleivareipunkt wieder erreicht. Ich würde sagen, da war eine Anomalie. Und das war... Richtig. Ich habe gar nichts gesehen. Ich spekuliere gerade. Also ich mache wirklich auf Glück. Aber bin ich blind? Okay. War der immer nackt? Ja, der war immer nackt. Dieses realistische Hustgeräusch. Muss man denn hier reinschauen, sag mal? Die Frau. Mr. Garrison. Dieses Bild. Ich persönlich würde ja sagen, Mr. Garrison. Hier haben wir Mikey. Oder halt auch Mike, wie seine Freundinnen. Und hier liegt jemand. Oh mein Gott. Ohoho. 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 Jawohl. Es war eindeutig richtig. Wie viele Ebenen gibt es hier? Würde mich interessieren. Immerhin sieht man hier mal so offensichtliche Sachen. Wenn man bei manchen Games so Buchstaben anders oder mal ein Poster fehlt. Aber hier siehst du halt ein bisschen... Deswegen. Und ich finde solche Spiele, jetzt mal ohne Spaß, haben so viel Potenzial. Weil dieses Unerwartete und dieses Du suchst ja wirklich nach was. Und dann ist da was. Das macht es richtig gruselig. Deswegen bocken die Spiele auch. Ich finde, man kann viel mehr aus dem Spiel rausholen. Guck dir Mike an zum Beispiel. Mike. Mike hat verstanden. Man kann viel mehr rausholen. Deswegen, der chillt hier. Weil er... Oha, die Hände. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Und dann Blut. Bockt. Anomalie. Jahoo. Das war richtig. Vier. So. Mein Gefühl sagt mir, keine Anomalie diesmal. Diesmal keine Anomalie. War das immer Station 18? War das immer Station 18? Frage ich. Ich habe mich gefragt, ob das schon immer Station 18 war. Ich würde diesmal schweren Herzens sagen, keine Anomalie. Aber auch wirklich nur auf Glück. Ich würde sagen, diesmal ist nichts. Scheiße. Als ob es so viele Anomalien gibt. Okay. Wir rennen jetzt einmal wieder durch. Und wir reporten wirklich alles. Mike. Vielleicht auch diese Getränke. Die Auswahl hat sich bestimmt geändert auch. Warte. Ich will kurz das mit der Station wissen. Ne. Es war Station 18. So. Was geht hier? Scheiße. War kein Anomalie zu sehen. Okay. Dafür sage ich, jetzt ist safe, Anomalie zu sehen. Aber das mit Yamaguchi-san. Dieses Anomalie-Suchspiel. Das hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Das war wirklich mein Lieblingsspiel mit Yamaguchi-san. Wieder null. Fuck. Schlecht. Okay. Dann würde ich sagen, diesmal wieder keine Anomalie. Danach mache ich ernst, okay? Ich habe jetzt bis jetzt die ganze Zeit so das Spiel angeteasert, angetestet. Danach machen wir ernst. Scheiße. Okay. Konzentration. So. Hier ist ein Mülleimer. Hier ist das Ding. Hier ist das Ding. Hier sind drei Stühle. Und da sind auch nochmal drei. Hier ist Dings. Hier ist ein Fenster. Hier ist diese Oma. Die ist ein bisschen verwirrt. Das ist Roger. Dem geht es nicht so gut. Der Hustet gerne mal rum. Das ist... Die Geräusche von dir süß. Das ist Mr. Garrison. Er läuft ganz normal vorbei. Auch genannt Mr. G. Und das ist Mikey. Seine Freundin, der Name Mike. Oder umgekehrt. Hat er... Hat er nicht was... Er hat was Gestreiftes an. Ich glaube, er hat er nichts Gestreiftes an. Das, meine Freunde, sehen wir später. Ich würde sagen, keine Anomalie. Keine Anomalie. Jawohl. Das war richtig. So. Nochmal. Einmal hier durch. Hier ist nichts. Okay. Rollstuhl war immer rot, oder? Weil ich bin verwirrt, dass er nackt ist. Süß. Dieser Vogel. Echt. Okay. Mr. Garrison. G. Läuft vorbei. Er hat was Gestreiftes an. Er hat schon wieder was Gestreiftes an. Das Ding ist, ich bin mir sehr sicher, dass irgendeine Anomalie hier war. Ich weiß aber nicht was. Ich weiß es einfach nicht. Weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich sag, hier war eine. Es war falsch, weil es war nichts. Jetzt habe ich das Spiel verstanden. Ich sag, jetzt check ich's. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hängt da einfach. Aber nein, das ist Mr. Das ist Roger. Okay, ich würde sagen, Anomalie gefunden. Okay. Das ist ja gruselig, Mann. Lass mal kurz, ob es diese Erklärung gibt. Okay. Please promise anomalie. Report anomalie. Anomalie found. Don't report after. Oh! 13 Stockwerke sind das. 13 Stockwerke. Also es ist nicht easy. Da, Alter. What the? Alter, wie gruselig. I. I, Alter. I. Aber genau das meine ich. Die haben ein bisschen was Übertriebenes eingebaut, was einfach gruseliger ist. Es ist halt einfach ein bisschen dreckiger und ich mag dieses Dreckige. Q mag es nicht ganz sauber. Er mag das, wenn es nicht ganz sauber ist. Hä? Habe ich nicht reported? Kann das sein? Ist ich verkackt? Oder war der immer hier? Bin ich einfach durchgelaufen? Ich check's gerade nicht. Habe ich nicht report? Ich glaube, ich habe nicht reported. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, wenn ich... Ich check's nicht. Dumm. Okay, wir rennen einfach durch, weil ich sehe gerade nichts. Dieses süße Geräusch von der Oma. Habe ich nicht hier drauf gedrückt? Level 1. Also 1 schon mal richtig. Okay, war nichts. Mülleimer. Okay. Drei Stühle. Nochmal drei Stühle. Okay. Vögelchen. Oma. Süße Geräusche. Okay. Mr. Garrison. Bild. Ähm. Ja, Leute. Ich würde halt sagen, es ist nichts. Es ist nichts, würde ich jetzt mal schweres Herz, schweren Herzens behaupten. Oder war hier auch so ein Feuerlöscher? Also, ich reporte mal, obwohl... Ich denke, es war nichts. Scheiße, es war auch nichts. Okay. Okay, okay. Konzentration. Jetzt aber wirklich. So. Hier Müll. Feuerlöscher. Drei Stühle. Hier ist so ein Bild. Hier sind auch so drei Stühle. Hier ist nichts. Okay. Ihm geht's gut. Macht halt komische Sounds. Oma ist am Start. Vögelchen ist am Start. Okay. Er guckt mich wieder komisch an. Was ist das hier? War das vorhin da? Also, ich würde sagen, das war vorhin... Doch, das war vorhin da, glaube ich. Mr. G. Okay. Mike. Ich sehe nichts. Jawohl, das war richtig. Okay. Eins geschafft. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Auch nichts. Easy game. Easy game. Oh nein, der Vogel ist tot. Das mache ich gar nicht. Ach, das... Der hatte... Ach, sie hat gar nicht die Geräusche gemacht. Das war der Vogel. Das mag ich nicht. Ist bei euch auch so, wenn ihr so Filme guckt, wenn so... Tiere sterben im Film, ist viel schlimmer, als wenn Erwachsene sterben. Aber so wirklich viel schlimmer. Wenn so ein Hund stirbt oder so im Film, ist viel schlimmer, als wenn ein... Ich meine... Ja. Als Erwachsene. Wisst ihr? Weil Tiere sind halt unschuldig. Die haben ein reines Herz. Die sind halt einfach in ihrer Reinform. Gut, wenn Mami kurz das hören würde, die würde denken... Und ich weiß... Und Mamiko weiß. Und wir wissen beide. Mamiko ist alles andere als rein. Sie ist dreckig. Aber... Wir wissen genau, wo der Hase läuft. Und zwar... Ich habe keine Anmali gesehen. Guck mal. Go fresh. Ist hier was? Nein. Ich würde sagen... Clean. Ich würde sagen clean. Und... Es war... Jawohl. Es war clean. Level 3. Von 13. Wie soll ich es schaffen? 13. Es ist halt nicht so einfach. Okay. Hier sind drei Stühle. Hier sind drei Stühle. Ich brauche diese offensichtlichen Anomalien. Diese... Ja. Ich sehe gar nichts. Waren diese Pflanzen hier? Dem Mann geht es gut? Dem Mann... Der ist halt gruselig. Wie er immer so... Hat er immer gegrinst? So komisch. Das ist neu. Ich würde sagen, dieses Grinsen ist neu. Ich mache mal... Ich mache mal... Also ich melde mal. Komm schon, Baby. Scheiße. War falsch. Oh. Er läuft rückwärts. Ne, ich verläufe rückwärts. Hä? Ich bin verwirrt. Nein, er läuft rückwärts. Yamaguchi-san. Ich meine... Mr. Garrison. Falsch rum. Das war richtig. Das war auch offensichtlich. Es geht hier ab. Vögelchen. Ich, Mensch, der hier sitzt, würde sagen, hier ist nichts. Ich gehe weiter. Ja, Mann. Ja. So. Konzentration. Bild. Drei Stühle. Yamaguchi-san. Stühle ist Stühle. Okay. Nichts. Ich würde sagen, nichts. Ist ja immer so komisch gelaufen, so. Sich cool fühlen. Junge, das ist ja gruselig. Oh mein Gott. Schaut ihn euch mal an. Äh. Warte, wie geht's dem Vogel? Gut, geht's dem. Oh, das ist neu. Ich glaube, der stand hier vorne. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist falsch. Nee. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah. Nein, nein. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es euch, irgendwas ist anders. Ich weiß nicht was. Ich sage, ja, hier ist irgendwas anders. Irgendwas ist hier anders. Ja, irgendwas war richtig. Schock auf. Da war anders. Da war was anderes. Diese Geräusche halt, ne? Junge. Ja, ich höre halt Sounds, aber Sound zählt nicht. War da jetzt was anders? Ich glaube, da war nicht mehr was anderes. Das sah genau so aus, Freund. Ey, grinst du komisch? Ich sehe nichts. Ich würde sagen, ist nichts. Waren die Pflanzen nicht hier? Immer diese Pflanzen. Ich habe keine Ahnung. Fuck. Sorry. Fuck. Schweres Game, Leute. Schweres Game. Und es gibt Hardcore-Modus. Das ist für Leute, die richtig Bock auf das Spiel haben. Ih, irgendwas stimmt hier nicht. Nee, ist alles gleich. Okay, wir laufen durch. Bin ich einfach so scheiße? Geht mir scheiße. Das Ding ist, Leute, ihr denkt wahrscheinlich, der Junge ist ein bisschen komisch im Kopf. Ich habe heute irgendwie, ich bin nicht so konzentriert. Mein Kopf ist ein bisschen kaputt heute. Was soll ich machen? Ich bin auch nur ein Mensch. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ja, und ich habe heute einen Tag rausgesucht, wo es nicht funktioniert. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich, was wollt ihr jetzt von mir? Ich bin doch auch nur ein Lebewesen. Ich renne da jetzt durch. Juhu. Irgendwie der Atme ist wie Bart Simpsons. Scheiße. Komm schon, Mr. G ist voll langsam gewesen. Jawohl, war richtig. Okay. Nochmal, Konzentration. Das Ding ist, wird schon sehr, sehr gerne wissen. Ich weiß nicht, ob das Poster hier war. Ich würde schon sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne wissen, wie es weitergeht. Es ist halt schon ein geiles Spiel. Ich glaube, ich spiele es weiter. Aber ich habe nichts gesehen. Mann. Okay, einmal noch. Wenn ich es jetzt verkacken, höre ich auf. Weil ich bin auch nur, ich bin wirklich, weiß auch nicht. Genug des Selbstmitleids. Hier ist ein Bild. Passt. Hier sind drei Stühle. Passt auch. Poster. Jawohl. Okay. Da drüben ist Mr. Garrison. Mr. Garrison kommt jetzt. Aber George war das. Jeff. Keine Ahnung. Oma mit dem Dings Rollstuhl. Aber die hat sich gar nicht verändert bis jetzt. Eieieie. Ich sehe creepy. Okay. Das Bild hier auch. Hier haben wir Pflanzen. Pflanzenfresser. Hier ist Mike. Der blank rasierte Mike. Karl rasiert. Ich würde sagen, nichts. War richtig. So. Und jetzt, liebe Freunde, mussten wir uns konzentrieren. Bild. Komische Geräusche. Sehr, sehr laute Klimaanlage. Hier ist irgendein Wildvogel Roma. War die immer so? Ja, ja. Die war immer so drauf. Mr. Garrison. Warte. Mr. Garrison. Nee, sieht immer noch gleich aus. Ach, du Scheiße. Das war auch so. Shit. Ich aus. Ich würde sagen, ist nichts. Aber wahrscheinlich habe ich etwas übersehen. Deswegen drücke ich jetzt mal hier drauf. Aber ich weiß nicht, ob da was war. Irgendwas war und ich habe es nicht gesehen. Das ist echt Schandfleck, Mann. Okay, hier ist diese Feuermelder-Dingsbums. Stühle, Stühle, T-Shirt. T-Shirt. Puster, meine ich. Junge, irgendwie tiefer hustet. Dem geht es gar nicht gut. Die Oma. Der Rollstuhl. Das ist schade, dass die Oma sich gar nicht ändert. Vor allem, hier könnte ja auch was sein. Mr. Yamaguchi. Nein. Mr. Garrison. Es gibt keinen Mr. Yamaguchi hier in dem Spiel. Der Typ hier. Auch nichts. Ah, ist schon schwer, Mann. Ist schon schwer. Ich persönlich würde sagen, es ist nichts. Aber wahrscheinlich war was. Okay, Level 3. Komm schon. Gib mir was Offensichtliches. Gib mir was Offensichtliches. Stühle. Poster. Fenster. Poster. Stühle. Fenster. Oh! Genauso was wollte ich. Dankeschön. Dieser Vogel ist so süß. Okay. Jawohl. Jawohl. So, Konzentration. Der hier. Fenster, Dingslums. Hier. Warm. Jawohl. Typ ist hier drin. Alright. Vogel. Oma. Check mir kurz Oma. Ich dachte halt immer, die Oma lacht. Stell dir mal vor. Aber es war nicht Oma. Es war. Was ist hier? Das Ding ist, ich würde halt sagen, es ist nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich will wirklich mal alles abchecken, richtig? Ich sehe nichts. Und deswegen würde ich normalerweise weiterlaufen. Aber das Game würde wahrscheinlich sagen... War das hier? Das ist glaube ich neu. Diese Rutschgefahr ist neu. Ich würde sagen, diese Rutschgefahr ist neu. Okay? Bitte. 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 Ja! Uh! So weit waren wir noch nie. Heute geben wir wieder was Offensichtliches. Scheiße, das Rutschgefahr-Ding war nicht neu. Das war vorhin auch da. Ich sehe es. Das heißt, das ist irgendwas anderes, was ich nicht gesehen habe. Was geht es hier ab? Gar nichts. Diese übertrieben lautet laut. Links der Typ, der hustet. Bild. Oma mit süßem Vogel. Mr. Garrison, der ein bisschen traurig aussieht. Oma am Arsch. Komische Bild. Hier ist auch alles gleich. Oh ne, man. Es ist alles gleich. Ich würde sagen, alles gleich. Ja! Level 6. Ich hab's nicht erwartet. Bam, bam, bam. Garden of Bamban. Hier ist auch alles gleich. Das Ding hier passt. Der Typ, der halt beim Sterben ist. Okay. Das Bild, die Oma der Vogel. Mr. G. War dieser Mülleimer hier? Ja. Ich würde halt wieder sagen, es ist nichts. Ich sehe nichts. War dieser... Sprinkleranlagen-Dingsbums. Wasser. Puh, Leute. Ich würde sagen, da ist nichts. Aber ich wette, da war irgendwas. Ich würde sagen, da ist nichts. Ich gehe. Hab nichts gesehen. Scheiße. Da war irgendwas. Da war was. Ich weiß nicht was. Oh, 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 oh. Das ist neu. Ihh. Oh mein Gott. Oh. Oh, er kommt raus. Ich sag, da war keine Anomalie. Junge, wie nasty diese Anomalien sind. Das mag ich. So ein bisschen brutal. Jawoll. Oh. 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 Das ist neu. Guck dir den mal an. Mikey geht's nicht gut. Mikey geht's nicht gut. Bam. Ey, jetzt haben wir schon echt einiges gesehen. Das frighten mich. Also, Mikey ging's wirklich nicht gut gerade. Ich will, dass die Oma sich mal verändert. Auf ihren Auftritt habe ich Bock. Die wird wahrscheinlich hier rumrollen oder so. Das würde ich halt schon mal gerne sehen. Oder nicht. Oder nicht. Oder, jawoll. Level 3. Level 3. Oh. Oh mein Gott. What the? Oho. Zombie-Modus aktiviert. Oha, wie gruselig. Oha. Oha. Oha, wie eklig. Ich würde gerne wissen, ob er mich tötet. Oh. Oh. Er tötet einen. Er tötet einen. Oh. Er tötet einfach einen. Immerhin sogar das haben die eingebaut. Oma. Passt. Also, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesehen. Am Ende des Tages. Ey, die Oma hat ihren Arm. Oben jetzt. Nein, die isst den Vogel. Immer muss dieser Vogel dran glauben. Immerhin hat die Oma jetzt mal auch einen Move gemacht. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt kann ich echt in Ruhe sterben. Oh Gott. Hatten wir den schon? Naja, den hatten wir auch schon. So, langsam wiederholen sich die Dinger. Schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch einige Anomalien. Aber, wir gucken. Dry. Hier ist alles easy. Hier ist alles easy. Hier ist alles easy. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Ich verstehe immer noch nicht, warum er da nackt chillt. Sie hat einfach ihren Vogel gegessen. Das ist halt schon sehr traurig. Alles easy. Ich würde sagen, hier ist nichts. Jawohl, war richtig. So, alles easy. Alles easy. Easy peasy. Lemons greasy. Hier kommen so Sounds. Und diese Sounds, ich weiß nicht, ob die Sounds auch zählen. Weil das sind schon ein paar Sounds, die habe ich noch nicht gehört. Ich würde sagen, ja. Ich sage, das waren Sounds, die stimmen. Die sind neu. Okay, es war falsch. Freunde, ich bin durch. Ich bin fertig. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt. Und ob es noch mehr crazy Anomalien gibt. Ansonsten, Freunde, schaut euch gerne die Wish-Version vom Spiel an. Wir sehen uns bald wieder. Passt auf euch auf. Bis dann, ihr Nachtherzen.